Musik Es ist ein Thema, das die Region schon seit langer Zeit spaltet, der Bau der A49. Je näher der Bau rückt, desto größer wird auch der Widerstand. Besonders aus dem Lager der Autobahngegner. Was tun, wenn ein unrechtmäßiges Schlafverbot über alle Camps am Dannröder Wald verhängt wurde? Einfach eine Demo auf der B62 gegen Schlafverbot machen. Packt Schlafsäcke, Isomatten und Zelte ein. Wir schlafen dort. Nach Verhandlungen mit der Ordnungsbehörde des Kreises endete die Aktion am frühen Samstagmorgen um kurz vor ein Uhr mit der Erlaubnis auf der Glehenwiese zu übernachten. Am Sonntagabend ging es weiter auf dem Weg durch den Wald in Richtung B62. Was sollte denn die Ordnungsbehörde am besten tun? Wenn ich das ja jetzt sagen würde, dann wäre ich ja wieder erpressbar, dann wüssten die das ja auch. Also eigentlich ist es egal, die können halt nichts Gutes machen. Egal was die machen, ich finde keine gute Option. Das ist ja das Ficker an unserem Plan. Zwar war die Versammlung zur Schlafdemo auf der B62 angemeldet, wurde allerdings laut Auskunft der Ordnungsbehörde des Kreises um 22.40 Uhr verboten. Aber warum wollt ihr nicht gesehen werden? Ihr wisst doch eh, wo ihr hin wollt. Das ist klar, aber früher sie uns halt sehen, dass sie früher können, sie halt auch reagieren. Die Aktivisten setzten ihren Weg in Richtung der Straße dennoch fort, wo bereits die Polizei und auch die Ordnungsbehörde wartete. Was wir wollen, ist doch klar, als wir diesmal diesmal. Trotz diverser Versuche konnten die Aktivisten die Einsatzkräfte nicht passieren und zogen sich weitgehend zurück und reagierten weitgehend nicht. Das wäre eure Aufgabe, Versammlungsrecht. Aber das könnt ihr ja nur für Nazis umsetzen. Das könnt ihr wahrscheinlich auch dazu. Ich teile Ihnen Folgendes mit, ich sage Ihnen das jetzt hier, hier ist eine verbotene Versammlung auf der Straße. Also genau, ich bin wirklich rein informativ, sage ich Ihnen das, und dass das sofort vorzunehmen worden ist. Alles gut. Ich bin ja nicht da. Denkste Nazi-Veranstaltungen würden Sie auch verbieten. Diese Versammlung verstößt gegen die öffentliche Sicherheit. Die Blockade der B260 gehen dazu, die zuständige Versammlungsbehörde unter Druck zu setzen, nämlich entgegen ihres Verbots das Schlafen in den Protestcamps doch zu erreichen. Die Versammlungsbehörde des Vogelsbergkreises hat eine kurzfristig angemeldete Versammlung auf der B260 verhindert. Nach Auffassung der Versammlungsbehörde war das eine Blockadeaktion, die gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstieß. Dies aus zwei Gründen. Zum einen diente diese Blockadeaktion im Kern dazu, Druck auf die Versammlungsbehörden aufzubauen, ein verfügtes Versammlungsverbot oder ein Schlafverbot quasi rückgängig zu machen. Zum anderen wurde hier zielgerichtet oder war ab sich zielgerichtet und ganz bewusst den Straßenverkehr auf eine längere Strecke lahmzulegen, um eigennützige Zwecke zu erfüllen. Veranstaltungen vor oder nach der beabsichtigten Versammlung werden ebenfalls verboten. Die sofortige Vollziehung dieses Versammlungsverbotes wurde angeordnet. Alle Personen weise ich jetzt in Form einer Allgemeinverfügung noch einmal hin und erlasse dieses Versammlungsverbot noch einmal für alle Personen, die jetzt in der Umgebung sind. Ich verbiete die Versammlung auf der B-62 und ordne hiermit auch den Sofortvollzug an. Vorbei war die Demonstration allerdings nicht. Immer wieder kamen vereinzelnd Aktivisten auf die Straße. Eine Kleingruppe von Aktivisten ließen sich auf einer nahegelegenen Wiese nieder. Wie die Polizei am Montagmorgen in einer Pressemitteilung bekannt gab, kam es im Rahmen der Einsatzmaßnahmen zu vereinzelnden Sicherstellungen und Platzverweisen. Weitestgehend sei der Einsatz störungsfrei verlaufen.